Liebe Freunde der Münchner Philharmoniker, liebe Oboistinnen und Oboisten, ich freue mich, dass Sie da sind. Heute dürfen Sie spielen mit meinen wunderbaren Kollegen. Wir hätten schon viel Spaß zusammen und Sie würden es bestimmt auch heute haben. Ich bin Lisa Outrett und Sie dürfen jetzt spielen. Ich habe frei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich bin Lisa Outrett 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 Ich bin Lisa Outrett